Sie haben das Leben gerettet. Eigentlich nur die Karriere. Ja, kommt das gleiche raus. Als ich sie damals operiert habe, hatte ich auch Angst. Danke. Danke. Frau Christoph. Dr. Moro, was ist mit Ihrer Hand? Was ist mit Ihrer Hand? Ja, aber danke. Ich weiß. Ich frage mich, warum ich in deinem Fußballer darf, wenn sie sich jetzt einfach den Hof machen. Soll ich bleiben? Für mich gäbe es nur einen Grund zu bleiben. Und den kennst du. Sag was. Manche verstoßen Menschen genau das weg, was sie sich eigentlich am meisten wünschen. Aus Angst. Lernen Sie wieder zu riechen, Dr. Moro. Warum sollen Sie nicht das Subdaventure in der TK-Send? Ich habe Ihnen möglicherweise ein bisschen zu deutlich gesagt, dass ich Ihnen schätze. Die Nilspende macht Ihre Frau sich lebendig. Jetzt sind wir um siehe. Tschüss. Dr. Moro. Du hättest Miriams Tod nicht verhindern können. Ihr hattet gerade ein Kind von mir. Elli. Jetzt gibt mir endlich das Lava. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Du kannst hier ringen. Alles okay? Alles okay?